Sehr geehrte Mitarbeiter von Active Solar, wir wissen, dass Sie für österreichische GmbH arbeiten. Jedoch, Eure Gesellschafter und Eigentümer ist der ukrainische Politiker Kluye, der ist verantwortlich für heutige Situation in der Hauptstadt der Ukraine, Gie. Heute wird Blut dort vergossen, Menschen sterben, durch ihre Arbeit unterstützen Sie Kluyes Finanzen. Bitte, bleibt nicht still, schweigt nicht, zeigt Eure klare Meinung.